Musik Angesichts dieses allseits bejammerten, kläglichen Zustands unseres Parteien-Systems und des Stillstands und all dem, was alle Leute eigentlich täglich beklagen, wird jetzt die direkte Demokratie als Heilmittel. Am simpelsten trommelt das jetzt mal wieder die FPÖ, die will Volksabstimmungen zu allem und jedem. In der ÖVP bastelt jetzt der Sebastian Kurz an neuen Demokratiemodellen und auch die SPÖ kann sich vorstellen, dass Bürger mit beispielsweise mehr als 700.000 Unterschriften Volksabstimmungen erzwingen können. Aber all das ist eigentlich nur so ein Oberflächenphänomen, wenn man bedenkt, dass es eine viel verbreitetere Sehnsucht nach Partizipation gibt. Manche Parteien in Europa haben auch schon ganz gute Erfahrungen mit Vorwahlen gemacht, bei denen Parteimitglieder Spitzenkandidaten für diese oder jene Jobs in Urabstimmungen wählen. Oder eben nicht nur Parteimitglieder, sondern in denen auch zum Beispiel sympathisierende Bürger mitstimmen können. Und das ist ja ein sehr wichtiges Instrument, auch normalen Bürgern eine Stimme zu geben, damit wichtige Entscheidungen nicht nur im Hinterzimmer von irgendwelchen Parteivorstandsklüngeln ausgepokert werden. Soll man ja beispielsweise nicht vergessen, François Hollande ist auf diesem Weg Präsidentschaftskandidat seiner Partei geworden. Auf einem anderen wäre es wahrscheinlich nicht mehr geworden. Und jetzt ist er französischer Präsident. Diese und viele andere Dinge werden heutzutage ausgetüftelt. Auch die deutsche SPD hat in diese Richtung gedacht. Und da waren es die einfachen Parteimitglieder. Übrigens, die ihren Vorsitzenden Sigmar Gabriel ein bisschen ausgebremst haben. Aber auch der Erfolg der Piratenpartei ist Folge dieses Partizipationsbedürfnisses. Ich habe ja vor einem Monat oder so hier einen Beitrag gemacht mit dem Titel Wer braucht die Piratenpartei? Und da habe ich gesagt, dass ich die Piraten schon sympathisch finde, aber auch nicht total super. Ich will hier jetzt gar nicht wiederholen, was ich da gesagt habe. Damals nur soweit ganz kurz. Ich habe etwa angemerkt, dass ich die dauernde weitere Aufsplitterung unseres Parteien-Systems jetzt auch nicht für nur erfrischend halte. Und ich habe auch gesagt, dass die karge Programmatik der Piraten ja nicht wirklich eine eigene Partei rechtfertigt. Ja, und wie erwartet haben es mich dann gehaut, die Piratenfreunde. Und manche haben aber auch ganz freundlich geantwortet. Einer hat sogar einen offenen Brief an mich geschrieben. Und ich habe dann versprochen zu antworten. Habe ich bis heute nicht geschafft. Sie wissen ja, wie das so ist, wenn man Sachen verspricht, aber dann nie ausreichend Zeit für was hat. Jedenfalls, und das ist eben wichtig, besonders für mein heutiges Thema, hat er unter anderem eben auch eingewandt, dass ich das mit der Programmatik und den Zielen aber schon sehr verkürzt darstelle. Weil der Kern des Piratenprogramms ist ja in Wirklichkeit nicht Internet und sonstiges Zeug, sondern vor allem Transparenz und Partizipation. Ja, und da hat er natürlich schon recht. Ja, aber irgendwie hat er auch nur halbrecht, finde ich. Weil bei der Partizipation, bei der geht es doch um das innere Funktionieren, um die Mechanismen innerhalb derer und mit Hilfe derer Bürger sich für Ziele stark machen können. Also nicht um Ziele, sondern um das Verfahren, mit denen Ziele realisiert werden können. Also könnte man sagen, auf der einen Seite hat man Verfahren und auf der anderen hat man Ziele und Programmatiken. Was weiß ich, welche Programmatiken. Für mehr Gerechtigkeit oder gegen Atomkraftwerke oder um auch ein paar weniger sympathische politische Ziele hier zu erwähnen. Die Todesstrafe oder dafür, dass die Ausländer alle rausgeworfen werden. Das sind politische Ziele. Und Partizipationsmodelle sind das in diesem Sinn wirklich auch politische Ziele oder strukturieren die nicht eher Mechanismen, mit denen sich Bürger oder politische Parteien oder Bewegungen für bestimmte Ziele einsetzen können. Also jedenfalls finde ich, dass wir das in der Diskussion zunächst mal ein bisschen auseinanderhalten sollten. Auf der einen Seite die Ziele und auf der anderen Seite die konkreten Organisationsformen der Demokratie. So, aber jetzt könnten Sie natürlich einwenden und Sie hätten mit diesem Einwand sicherlich recht, dass das eine viel zu schematische Gegenüberstellung ist, weil ja Demokratisierung, mehr Demokratie ja selbst ein Ziel ist. Und nicht erst seit gestern ist es so, sondern seit den Kämpfen ums Versammlungsrecht und um die Organisationsfreiheit bis hin zur Durchsetzung des allgemeinen gleichen Wahlrechts war das ja immer schon ein wichtiges Ziel von politischen Bewegungen gewesen, mehr Demokratie. Und deswegen gründet sich mein Bauchweh oder meine Skepsis auch aus etwas anderem, aus einem Verdacht oder einem Gefühl vielmehr, nämlich dem Verdacht, dass das Problem der Bürger doch möglicherweise gar nicht ist, dass sie zu wenig partizipieren dürfen, sondern dass die politischen Parteien so sind, wie sie sind und dass das politische Personal ist, wie es ist. Und wenn es da welche gäbe mit packenden Zielen und Elan und Klassenleuten an der Spitze, dann würden sie die ja wählen und würden nicht beklagen, dass sie nicht mitreden können und dürfen. Sie beklagen also diesen Partizipationsmangel, meinen aber in Wirklichkeit den Zustand der politischen Klasse. Und all das habe ich mal mit irgendeinem Piraten diskutiert, den ich mal irgendwo getroffen habe. Und da hat er gesagt, dass ich da schon recht habe, aber natürlich nicht übersehen soll, dass neue Partizipationsmodelle auch den Weg für neue Ziele und insbesondere neue Personen eröffnen würden, denen der Weg in unserem verknöcherten System verstellt ist. Ja, und da hat er natürlich auch wieder recht. Also wir sehen, die Sache ist jedenfalls vielschichtig und vertragt. Und man darf, wenn man das überhaupt erstmal verstehen will, auch eins nicht übersehen. Was heute ganz generell auffällt, ist eine Abwehr gegen Repräsentationsmodelle an sich. Und diese Abwehr tritt in den unterschiedlichsten Betriebsmodi auf. Im Ressentiment gegen die da oben, wie es die FPÖ schürt, wo ein schon bestehender Volkswille unterstellt wird, dem es nur mehr zum Durchbruch zu verhelfen gilt, gegen eine Funktionärskaste. Aber die Kritik an Repräsentationsmodellen, die kommt natürlich auch und insbesondere viel eloquenter aus anderen Richtungen. Da geht es dann gegen Hierarchien, wie bei den Piraten oder bei allen Bewegungen der letzten Jahre, von den Audimaxisten bis zu Occupy Wall Street in New York. Dass man vollständig vermeiden will, dass da irgendwelche Sprecher entstehen, dass da irgendwelche Anführer entstehen, die sich wichtig machen, dass man Basisdemokratie vollständig und radikal egalitär sicherstellen will. Und gleichzeitig ist die Erfahrung all dieser Bewegungen, dass es am Anfang aussieht wie ein großes Lehrstück gelebter Demokratie mit Engagement und tollen und herrschaftsfreien Diskussionen, aber dass das dann sehr schnell ziemlich unpraktisch wird. Dass es unpraktisch ist, wenn sich jeden Tag 2000 Leute in irgendwelche Plänas treffen und dass da dann eben, weil es unpraktisch ist, schnell fragwürdige Mechanismen einreißen. Etwa, dass immer weniger Leute zu den Plänas kommen, weil es irgendwann zu anstrengend wird und dann ein paar hundert Leute und am Ende nur mehr ein Dutzend für eine ganze Bewegung entscheiden. Oder dass sich statt der formellen Hierarchien dann eben informelle entwickeln, so Hinterzimmer-Checker. Wo man dann schon auch sagen muss, da kann der gute, althergebrachte Parteivorstand mit all seinen Hierarchisierungen durchaus noch durchschaubarer und transparenter sein. Ja, das ist das große, immer wiederkehrende Problem der Basisdemokratie, das jetzt auch beispielsweise die deutschen Piraten entdecken. Die haben jetzt, weil sie so schnell gewachsen sind, 31.000 Parteimitglieder schon und die haben so ihr Liquid Democracy Tool, das ist so ein Demokratietechnik-Ding. Da machen dann aber oft nur mehr 300 oder 400 Leute mit und am Ende schaut es dann so aus, dass die Linie einer 31.000 Mitgliederpartei von 300 oder 400 Leuten bestimmt wird, die sich da in diesem Tool herumdummeln und das wird dann mit Basisdemokratie verwechselt. Der Nikolaus Pieper, mit dem ich ja gar nicht in all meiner Meinung bin, hat das aber doch ganz interessant vergangene Woche in der Süddeutschen Zeitung so beschrieben. Letztlich sind die Kosten einer radikalen Partizipation einfach zu hoch, in einem sehr umfassenden Sinne. Die Menschen haben weder das Geld, noch die Zeit, noch die Information, um tagtäglich mitbestimmen zu können. Basisdemokratische Versammlungen werden leicht ausgebeutet von Teilnehmern mit Informations- und Zeitvorsprung und sie haben eine Tendenz, irgendwann repressiv gegenüber abweichenden Meinungen zu werden. All das muss man also zumindest mitdenken, wenn man über neue Partizipationsmodelle nachdenkt. Nämlich erstens zum Beispiel, dass es in arbeitsteiligen Massengesellschaften eben unvermeidbar und ja eigentlich auch ganz okay ist, dass sich die einen beispielsweise hauptberuflich mit Politik und andere mit irgendwas anderen, sagen wir beispielsweise mit Videobloggen, beschäftigen. Gleichzeitig muss aber verhindert werden, dass sich das politische System oder Parteien etwa völlig abschotten in diesem Prozess. Da kann man vieles tun und Vorwahlen in den Parteien sind nur ein wichtiges Element, aber es gibt durchaus auch andere wichtige oder gute Ideen, wie zum Beispiel die Parteienförderung, zumindest ein wenig daran zu koppeln, wie viele Mitglieder eine Partei hat, damit man für die Parteien eben noch einen stärkeren Anreiz schafft, Leute dazu zu bringen, bei ihnen mitzutun, womit man dann Mitgliedern hat, die sozusagen in einer demokratischen Partei auch demokratisch mitentscheiden können, im besten Fall. Oder anderes Beispiel, dass man Bürger auch an komplizierten Fragen, wie etwa der Budgeterstellung, beteiligen kann. Das hat man schon in vielen Ländern, Provinzen und vor allem auch in Städten, auch in Europa, auch in Deutschland, schon ziemlich erfolgreich erprobt. Und auch Volksabstimmungen können natürlich ihre positiven Seiten haben, aber sie haben natürlich auch, wie wir alle wissen, ein paar problematische Seiten. Der Christoph Korherr hat im Standard, also in der gedruckten Zeitung, also auf dem rosa-roten Papier, darauf hingewiesen, dass viele Fragen sich einfach nicht als Ja-Nein-Fragen entscheiden lassen. Und dass es dann oft in Wirklichkeit doch im Gesetzgebungsverfahren oder Ähnlichen nicht um Ja-Nein-Fragen geht, sondern um produktive Aushandlungsprozesse, an deren Ende dann Kompromisse stehen. Und man soll auch nicht vergessen, dass die Verwandlung von politischen Gegnerschaften in parlamentarische Verfahren auch eine Zähmung von Leidenschaften bedeutet, die nicht so schlecht ist. Und dagegen unter den Bedingungen einer medialen und politischen Öffentlichkeit, wie wir sie haben, wenn ich mir da vorstelle, drei Volksabstimmungen pro Jahr zu emotionalisierten Themen, wo dann nur mehr mit Leidenschaften, Emotionen und auch Ressentiments gespielt wird, also ob das ein so großer Beitrag zur Demokratisierung der Demokratie wäre, na das kann man schon fragen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, nicht, dass ich grundsätzlich dagegen wäre. Ich meine nur, wir sollten nach jedem Strohhalm greifen, der die verkrustete und leblose Demokratie demokratischer und lebendiger macht, aber wir sollten halt ein bisschen gründlich nachdenken darüber, weil sonst kann es leicht sein, dass wir glauben, wir machen was zur Verbesserung und machen die Dinge am Ende nur schlechter, als sie ohnehin schon sind.